Das war's. Jonas und ich dürfen heute den ganzen Tag mit Generation Y oder mit den Leuten von Generation Y an der BZLU Videos aufnehmen. Und zwar übernehme ich heute den Ton. Jonas wird die Kamera machen. Regie und das ganze Konzept haben sie von Generation Y gemacht. Ich bin Lisa, Projektleiterin bei Generation Y. Wir filmen heute für BZLU Social Media Videos und Website Videos. Speziell an diesem Projekt ist, dass wir natürlich verschiedene Formate beachten müssen. 16 zu 9 für Website, 1 zu 1 für Social Media. Es ist jetzt Mittag. Der Morgen ist mega gut gelaufen. Wir haben in zwei Räume verschiedene Videos gedreht. Und wir freuen uns auf einen Nachmittag. 9 Minuten drunter. Das hätte es im Fall noch nie gegeben. Danke, gehen wir schauen. Super drei Tage. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss zusammen. Wir sind am 3.2 am BZLU mit Generation Y. Wir haben über die Garage alles in zwei Stöcke auf den Wägel. Wir sind voll im Zeitplan. Natürlich wie immer. Und gehen jetzt gleich rüber und machen weiter. Take 3. Ja, ich bin einfach die Hotelstellerin von Video Nummer 1 und spiele eine Studentin. Und ich bin heute beim Videodrain für Make-up und Styling zustande. Ich bin heute mit Gengar Luger. Und wir sind bei der BZLU, um kleine Sommelfilme zu machen. Ich bin begeistert, wie gut heute die Talents mitgemacht haben. Ich bin einfach nur mega happy. Die haben das so toll gemacht. Und das ganze Team von der BZLU ist einfach hammer megacool. Und jetzt kommt noch der letzte Shot und drückt mein Daumen, dass das auch noch klappt. Die Kamera läuft. 3, 2, 1 und Action! Und das Beste ist, es gibt immer etwas zu feiern. Wuhu! Das ist schön! Juhu! Juhu! Ich muss das sehen. Aber da ist der Börich schon. Dort, wo sie hochschaut. Super! Wuhu! Ich danke euch für den Film. Ich danke euch für den Film. Ucht? Ich danke euch. Ich danke euch für den Film. Wir sehen uns auf dem Film. Vielen Dank.